ok johnny danke so h3 ganz wichtiger zug in der stellung e3 was spielt er denn da der cerebrum super zurückhaltend ja das kennen wir doch schon erinnerst du dich nicht mehr an die ane da warst du nicht dabei ja das macht er immer so das macht er immer so spektra spektra oder schien ja das ist immer ein graus ich habe ja auch schon mehrmals gegen gespielen jedes mal sage ich komm bitte spiel was vernünftiges und es ist einfach jedes mal tut es mir einfach so weh das zu sehen ja aber ich glaube ich noch härter als noch härterer aufschlag als spektra also spektra macht wenigstens irgendwie wobei ähnlicher grotz ist kein schach ne es ist schon schach aber es ist halt passiv und schwarz steht hier aus der öffnung heraus besser weil ein besseres zentrum hat mehr einfluss im zentrum nein leichtfiguren dahinter gut entwickelt ja b4 ich hätte vielleicht auch a5 gemacht um damit weiß kann sich gar nicht erst ausbreiten kann ja ausbreiten ist halbwegs irgendwas machen man kann a6 spielen das zum beispiel ist auch schon weiß ich nicht ob er das spiel muss so sieht verfrüht aus e4 aber das ist natürlich auch es reizt so ein bisschen den gegner nach einer reaktion er denkt er muss den gegner bestrafen und macht dann irgendwie ja auch bekommen rauf irgendwas obwohl die öffnung wir sind noch in der öffnung könig in sicherheit bringen rochade ja erstmal alle figuren ins spiel und dann im mittelspiel dann könnte gerne loslegen aber in der öffnung gewinnt man keine partie außer der gegner stellt alles ein ja genau das ist ein bisschen früher gewesen dass er sich da so festgelegt hat also man kann sieht man kann da wirklich noch flexibel bleiben und noch überlegen er sucht hier noch nicht aber springer a4 wenn er schon mit dem springer rüber geht dann jetzt springer a4 bitte das ist quatsch das ist dieser tausch bringt nichts andererseits bleibt weiß hier mit klarem raumnachteil wo spiel weiß überhaupt er ist schon er müsste irgendwie bauen auf c4 gewinnen das ist alles nicht schön schwarz jetzt ruhig endlich mal gut macht er g4 jetzt kommt er direkt von der seite das ist aber gar nicht so blöd der e4 hängt eventuell das gar nicht so doof ja ich weiß nicht irgendwie hat das alles nicht so richtig hand und fuß weiß ja wahrscheinlich wird er lang auch hier ein läufer a3 erst mal okay das geht gar nicht a5 einfach was soll das ein wichtiger zug guter zug stimmt was soll das laufer a3 das steht in der fesselung drin da das stimmt er wollte wahrscheinlich so läuft schlägt b4 den aus der stellung nehmen a5 das ist sofort 0 1 ja moment wir haben auch d5 d4 eventuell d5 droht hier so ein bisschen hat er gehört es ist trotzdem gut denke ich ja 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 es muss gut sein weiße könig ist ziemlich offen weil a4 hängt halt auch der könig steht auf c1 super schlecht aber ja d5 ist ja der einzige zug der weiß am leben hält glaube ich ja gut es gibt schlagen auf f5 läufer f5 und dame schlicht c4 gibt es auch noch weil der a4 dann eventuell nicht hängt a b4 läufer b4 turm a4 und dann läufer schlicht d6 das ist nicht klar macht er auch ja hohes wird scharf aber mein gefühl sagt mir auch der könig auf c1 der ist hier in gefahr die a-linie wird sich öffnen darm b2 das wird das wird eine einbahnstraße bei der a4 hängt jetzt hängt der a4 ja und dann kommt der turm auf a8 und das wird das wird ein massaker ja aber er hätte auf c4 nehmen können das war gar nicht klar und dann a b4 auch läufer schlicht d6 die damen ja aber ich kann turm a1 spielen aber ich kann nicht mit dem springer schlagen weil der gefesselt ist ja naja also gefühlt war es immer schon mal direkt feierabend turm a3 simples schach direkt ja das simple schach das macht er hier schade das war eine ganz simple kombination mit jetzt geht er ins endspiel der wir jetzt das endspiel kneten natürlich geht man nicht ins endspiel wenn man so einen riesen angriff hat schwarz der könig von weiß steht halt so schlecht schwarz hätte die damen locker auf dem brett lassen müssen turm schlicht b4 dame weg und dann turm a8 oder wenn die dame keine ahnung ja dame a3 ging dann halt aber es ist nicht schlimm aber mit dem könig da auf d2 es war jetzt schon ja turm schlicht a3 dame a3 laufer bich hier war die dame weg ja ja nee also klar hätte auch einfach den zweiten turm ranbringen können also freunde was ihr euch hier merken könnt wenn ihr im angriff seid na dann beenden könnt ihr es häufig einfach direkt beenden hier kostenloser angriff für schwarz und turm a8 einfach weiter figuren ranbringen turm schlicht a3 kleine kombination klar kann man auch übersehen aber einfach mehr figuren ranbringen was soll denn weiß machen könig ist komplett offen hier figuren sind am königsflügel noch weit weg das ist fürchterlich insofern er spielt komisch könig a1 lässt turm b2 zu jetzt hängt der springer hätte noch tom c2 machen können also okay es ist auch hier jetzt vorbei im endspiel springer c3 geht hier noch witzigerweise du bist so ein bisschen ich verstehe das ich kenne das von meinen spielern aber plötzlich hat weiß wieder hier spiel völlig verrückt was meinst du ja die e4 hängt jetzt ja ja nee die partie ist noch nicht vorbei ist meine ich ja völlig bekloppt ja tor springer c3 war sehr sehr wichtig jetzt gut man kann die qualität geben mit tom f2 wäre glaube ich meine war jetzt hier weil schwarz behält komplette dominierung dominierung tom c2 ist auch ein ne springer schlicht hat zwei ist quatsch no no das war die schox hier für das comeback ist dann auch ein bisschen russisch roulette was die beide machen da ja das geht einfach nicht ein bauern wieder und das ist jetzt komplett gut war schwarz hat immer noch eine gewonnen schwarz hat die verbundenen sagen wir sagen wir ja schwarz immer noch favorit aber wenn wir uns die stelle vor fünf züge angeschaut haben da hätten wir gar nicht gedacht dass es noch so weit kommen würde okay macht b5 direkt ja warum eigentlich nicht nur ja klar ist okay guter zug jetzt kann der läufer e4 turm f2 machen wenn er will aber ist okay der läufer ist stark auf f5 warum warum den springer nehmen ja turm a2 der turm kommt eben nicht ins spiel das ist das problem das hat weiß davon dass er eine eröffnung die figuren nicht entwickelt hat ja ja die eröffnung zielbom ich weiß nicht habe es so oft gesagt jetzt immer mit zwei weg bitte der läufer hängt dann und dann b4 b3 b2 b1 dame simple chess f2 hängen hat genügend zeit auf der uhr okay er macht schon mal eins tauscht die türme sollte auch reichen aber es wird immer schwieriger ja ja die bauern die die werden es alleine jetzt e4 kommt auch das könnte schon wieder in ordnung sein für weiß tatsächlich wenn jetzt springer d5 macht man kriegt die bauern blockiert der könig ist nah dran vielleicht gewinnt das sogar doch okay wollen wir mal nicht wollen wir mal nicht den abend vor dem tag gelogen ja es muss immer noch gewonnen sein aber er tut sich schwer er hat er tut sich technisch unheimlich schwer macht immer irgendwie nur den drittbesten springer a4 ich hätte gerne den bauern hier noch vor gelockt vor allem springer d5 greift den an sehr zentral greift noch diesen bauern an der h3 hängt übrigens auch das stimmt den könnte man mal einsacken wie ein weihnachtsmarkt kündige wacht ja jetzt nimm aber bitte h3 bekommst du noch ein bauer weg gönn dir den bauern hat er jetzt sind wir zwei ja aber weiß hat immerhin zentrale bauern zentralen mehrwert ja du versuchst hier immer schön zu reden von cb rum aber letztendlich machen die nicht so viel so lange auch im bau auf c7 noch da ist das ist so weit kommen würde noch diese partie dass wir so weit noch hier erleben hätte das gedacht springer e6 aber du siehst ja die zentralen bauern sind halt mega stark das ist so könig g3 e3 jetzt ja muss ja sonst ist ja auch die bauern ja das ist total unangenehm mehr kommt cb rum benutzt sein gehirn was macht er c3 c3 kommen das ist simpel gott gott warum 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 und jetzt ne d4 weg oder f4 da hängt alles rum ja okay jetzt jetzt kann der könig auch nicht ran der springe auf d4 ist unantastbar c4 lass den springer einfach das stehen der springer kontrolliert hier wichtige felder der bauer kontrolliert diese felder der könig ist ja eingesperrt auf auf b2 kann gar nicht ziehen das ist todes lost todes lost ist das könnte ein wort direkt von kugelbuch sein oder springer die zwei hole noch im bauern ab wir haben schon zwei wir heute das wird kein weiteres kann ich dir schon verraten oder das wird die führung wir haben schon alles erlebt tbg das ist natürlich an das statement hier wir haben schon alles erlebt ja aber hier ist kein springer auf dem brett also nur für schwarz wenn du weißt was ich meine also weiß kann das eigentlich nicht mehr gewinnen so aber schwarz tut sich schwer denkt jetzt ewig nach für eine todesgewonnene stellung satsache rochester danke für das ab genauso hoppy danke er ist nicht unsicher der springer ist angegriffen kann einfach wegziehen und hat deutlich weniger zeit ja solange der eine bau noch auf dem brett ist da sind die chancen da warum denkt ihr eigentlich so lange nach in der stellung er wird auf nummer sicher gehen ja aber immer so sieben acht sekunden ist ein bisschen viel er ist jetzt gleich bei einer minute drei ja gut er schickt jetzt sie die bau nach vorne muss er gleich nicht mehr nachdenken los sie sagt sie den bauern was überlegt er denn so lange läuft acht schöne die ecke rein schön in die ecke rein die haben plus drei sekunden das heißt es sollte locker reichen kommt läufer e6 schafft damit der könig weg muss das ist technik springer keine ahnung warum springer d3 bringt nichts könig d4 rein oder da tauscht die läufer ganz cool ja das ist das war gut dazu aber jetzt haben wir natürlich wieder die geschichte mit padt kennen wir ja und jetzt fängt er an zu reflexartig zu ziehen ruhig jetzt ruhig jetzt ruhig jetzt ruhig er hat sich noch eine dame ich mein es ist ja machen ohne ende zeit jetzt ruhig nicht zu schnell ziehen jetzt schnell 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 ein kleiner tipp wenn man immer schach gibt dann kann es eigentlich nie padt werden ja dann habe ich auch gerade gedacht aber hier kannst du kein schach geben aber der könig hat zum glück hier kannst du kein schach sehr viele felder zum glück er lässt sich zeit jetzt ist gut sich zeit zu nehmen sehr gut dame hast ja der könig der ist geschützt der ist geschützt der kriegst du nicht mal kriegst du nicht martier den könig den kriegst du einfach nicht mart es war schon mart und es ist wieder sehr gut hei 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 völlig verdienter sie aber hat es noch mal ein bisschen spannend gemacht der sesag bis zum nächsten Mal